Sie hatten einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit und können Ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben und suchen einen neuen Ausbildungsplatz, eine Umschulung oder eine neue Tätigkeit? Dann sind Sie bei DGUV Job in den richtigen Händen. Wir sind die Personal- und Arbeitsvermittlung der gesetzlichen Unfallversicherung und unterstützen Sie auf dem Weg zu Ihrem neuen Job. Wie machen wir das? Ihr Unfallversicherungsträger beauftragt uns, Sie aktiv zu unterstützen. Dazu müssen Sie ihm Ihr datenschutzrechtliches Einverständnis geben. Sie erhalten von Ihrem Unfallversicherungsträger einen Meldebogen, den Sie bitte ausgefüllt zurücksenden. Er enthält wichtige Informationen wie Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Eckdaten Ihres bisherigen beruflichen Werdegangs. Jetzt kann Ihr Unfallversicherungsträger Ihre Meldung an uns weitergeben. Sobald die Beauftragung bei uns eingeht, kontaktieren wir Sie und vereinbaren einen Besuchstermin. Bei Ihnen zu Hause erstellen wir gemeinsam mit Ihnen ein persönliches Profil. Dabei erhalten Sie fachkundige Beratung zum Thema Arbeitsmarkt und Bewerbung, sowie Ideen und Lösungsansätze für Ihre individuellen Ziele. Bei Bedarf helfen wir Ihnen beim Zusammenstellen und Optimieren Ihrer Bewerbungsunterlagen. Für Ihre Stellensuche nutzen wir unser umfangreiches Netzwerk an Arbeitgebern. Wir sprechen mögliche Arbeitgeber für Sie an und machen Ihnen interessante Stellenangebote. Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn Sie sich aus eigener Initiative beworben haben. In jedem Fall unterstützen wir Sie dabei, Ihren neuen Arbeitgeber zu überzeugen. Zum Beispiel, indem wir ihn über Fördermöglichkeiten informieren. Wir sind Ihr regelmäßiger Ansprechpartner, bis Sie eine neue Aufgabe gefunden haben. Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg in die Zukunft. DGUV Job – Wir verbinden Menschen mit Arbeit.